Den ersten Abonnenten Eine Taube, die... Ne, halt stopp, das ging anders. Nichtsdestotrotz, ich hab's endlich geschafft, nach 45 Minuten gefühlt, auf dieser hässlichen Plattform mich anzumelden und auch meinen ersten Abonnenten zu ergattern. Und deshalb dachte ich mir, dass ich gleich zu Beginn des Kanal an Müll... Yeah! So, jetzt nochmal fehlerfrei. Deshalb dachte ich mir, dass ich zu Eröffnung des Kanals ein Ein-Abonnenten-Spezial mache. Ich will ein Kind von dir! Ich veranstalte ein... Mega-Gewinnspiel! Ich verlose unter diesem einen Abonnenten einen tollen Preis. Er darf mit mir einmal spazieren gehen und das ist... Wer will das nicht? Und dazu muss er mir nur eine einzige Nachricht schreiben mit dem Inhalt Erster. So, das war die gigantische Kanaleröffnung von Knöll Knuspert. Und jetzt brauche ich noch irgendwie so ein Schlusswort. Ähm, was nehme ich da? Die Welt ist böse. Passt auf euch. Ne, das hat... Das hat schon wer. Was gibt's denn noch? Äh... Äh... Äh...